Selbstbewusstsein. Stell dir vor, du kommst in einen Raum und ein Großteil der Gäste dreht sich zu dir. Zum Glück bist du da. Sicherlich ist dir schon aufgefallen, dass manche Menschen genau solch eine Anziehung haben. Und nicht nur das. Auch in anderen Lebensbereichen sind sie ohne sich groß anstrengen zu müssen, erfolgreich und glücklich. Kennst du hingegen auf der anderen Seite das Gefühl überflüssig zu sein oder in manchen Situationen gar ungewollt das fünfte Rad am Wagen zu sein? Falls ja, mach dir nichts draus. Ich kann das auch. Und der Unterschied ist das Selbstbewusstsein. In diesem Video wirst du genau lernen, wie du zu den Menschen gehörst, die Glück, Erfolg und Ansehen magisch anziehen können. Drei Erkenntnisse aus dem Buch Ich kann das von Bodo Schäfer. Manche Erkenntnisse werden dich wahrscheinlich nicht interessieren, während andere für dich einen bedeutenden Unterschied in deinem Leben machen werden. Hör dir daher alle Erkenntnisse aufmerksam an. Viel Spaß. Erste Erkenntnis. Die Matrix, in der jeder Mensch lebt. Das Buch beginnt damit, dass Karl, ein unglücklicher und genervter Jurastudent, einen Autounfall verursacht. Karl ist total gestresst und voller Panik, da er eindeutig schuld ist und das Auto, in welches er reingefahren ist, ein neues, richtig teures Auto ist. Der Fahrer des anderen Autos steigt aus, geht zu Karl und Karl erwartete schon das Schlimmste, dass er richtig fertig gemacht wurde. Doch stattdessen fragte der Fahrer sehr herzlich und besorgt, wie es Karl geht, was Karl enorm verblüffte. Der Fahrer, welcher später als Mark bekannt wird, fragte Karl, warum er so gestresst ist. Es geht ihm doch gut. Und worauf Karl noch verstürzte und auch genervt antwortete, ja ich bin dir drauf gefahren und ich muss auch zu meinem Nebenjob, wo ich ja jetzt zu spät komme, da mein Auto nicht mehr fahrtauglich ist. Ruhig und entspannt antwortet Mark, dass es doch nur Autos seien und es uns doch beiden gut geht. Also warum Drama? Alles ganz entspannt. Und lud Karl zu einem Essen ein. Und diese Handlung hat mir eine Sache absolut klar gemacht, dass ein jeder von uns entscheidet, wie wir Situationen bewerten. Mark sah eine Möglichkeit, einen neuen Menschen kennenzulernen, mit welchem er eine intensive Erfahrung teilte, was ja direkt ziemlich verbindend ist. Während Karl auf der anderen Seite absolut ausschließlich nur Probleme sah. Dass manche Menschen eher positiv und andere eher negativ denken, haben wir bereits alle festgestellt, wird auch in jedem dieser Videos ziemlich eindeutig. Aber darüber hinaus zeigte die Situation mir, dass ich in meinem Leben manchmal fälschlicherweise davon ausging, dass andere den gleichen Wissen stand, die gleiche Lebenserfahrung haben wie ich. Zum Beispiel brainstormte ich mit einem guten Kumpel vor ein paar Tagen über einen YouTube-Titel eines nächsten Videos, was demnächst rauskommt. Er fragte mich, warum ich nicht einfach OpenAI verwende und war dann sehr verwundert, dass ich von der AI noch nie etwas gehört habe, obwohl sie ja so viel Zeit spart und so bekannt ist. Gleichzeitig war ich sehr verwundert, dass er noch nie etwas vom Cashflow-Quadran gehört hat. Immerhin ist es doch wichtig zu wissen, wo das Geld herkommt. Und das Buch Richard Pudert ist, glaube ich, das zweitmeist gekaufte Buch der Welt und er hat es noch nie gehört. Zusammengefasst die Erkenntnis zu wissen, dass jeder Mensch in seinem eigenen Universum lebt, mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinem eigenen Wissenstand, wo wir als Außenstehender gar nicht so komplett begreifen können, hat mir enorm geholfen, meine Kommunikation mit Menschen als auch das Verständnis zu Menschen zu verbessern. Vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass du manchmal etwas für selbstverständlich erachtet hast, aber für die Person etwas komplett Neues war. Oder umgekehrt, dass andere von dir etwas als selbstverständlich erwarteten, sei es eine Handlung, sei es eine Geste oder sonst etwas. Zum Beispiel so das klassische Beispiel, die Frau sagt dir, dass sie kein Geschenk haben möchte und jedem war klar, dass sie doch ein Geschenk haben möchte außer dir und dann hattest du kein Geschenk für sie und dann war sie sehr genervt. Wodurch wir auch zur Erkenntnis Nummer 2 kommen, wir übertragen unsere Emotionen und Energie auf anderen Menschen. Wenn ein Mann einer Frau klar mitteilt, dass er auch der Auffassung ist, dass es nicht immer gut ist, mit einem Mann, den sie gerade frisch in der Diskothek kennengelernt hat, mit nach Hause zu gehen, dann denkt sie sehr wahrscheinlich an ähnliche Sachen wie du jetzt. Was passieren könnte, wenn man mit dem falschen Mann mitgeht? Nicht so das schönste Gefühl. Bei solchen Gedanken hätte ich da auch etwas Bedenken mitzugehen. Umgekehrt hingegen, wenn der Mann der Frau mitteilt, dass er ihre Auffassung und Bedenken gar nicht nachvollziehen kann, was soll denn passieren? Wodurch sie nun nicht mehr an all die negativen Sachen und das Risiko denkt, sondern an allen Spaß und all die Möglichkeiten, die man zusammen haben kann. Studien zeigen, Studien zeigen, dass wir Menschen eher dazu tendieren, negativ zu sein. Was nicht unbedingt schlecht ist, im Gegenteil, negative Gedanken haben unser Überleben gesichert. Immerhin schützen diese uns ja vor Schaden. Sei es Angst oder sei es Wut. Die brauchen wir. In unserer heutigen Zeit sind diese Emotionen nicht mehr so ganz notwendig. Und da der Mensch im Allgemeinen, das wissen wir ja jetzt, unterbewusst eher negativ denkt, ist es sehr hilfreich, ein Mensch sein zu können, der anderen Menschen hilft, das Positive zu sehen. Nicht nur helfen wir anderen Menschen glücklicher zu sein und mehr Möglichkeiten in ihrem Leben zu sehen, sondern sind dann automatisch ja auch glücklicher, weil wir uns mit mehr glücklichen Menschen und auch Menschen, die Möglichkeiten sehen, ehrgeizig sind etc. dann umgeben, was ja wieder dann zu uns zurückkommt. Was Erkenntnis 2.5 sein könnte. Erkenntnis Nummer 3. Wir entscheiden über unsere Gedanken. Nach dieser Erkenntnis hältst du auch eine konkrete Anleitung, um diese direkt in deinem Leben zu verwenden, weil die ist extrem wertvoll und leicht anzuwenden. Bei einem gemeinsamen Essen erklärte Marc, dass er der weltweit meist angesehene Trainer für Selbstbewusstsein ist und erklärte ihm die wissenschaftliche Seite unseres Gehirns. Vielleicht hattest du für dich schon mal so das Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Eigentlich musst du für die Uni lernen, aber dein Inneres sagt dir einfach Nein. Oder eine Situation, in welcher du einfach nicht aufhören kannst, an eine Sache zu denken. Ein negatives Kommentar in Social Media. Ein negativer Blick einer Frau oder eines Mannes. Jemand aus deinem Umfeld hat dich beleidigt oder herabgewürdigt. Und mein Favorit und auch eine wahre Geschichte. Du läufst durch den Stadtpark. Es ist Maskenpflicht. Kein Mensch ist näher als 10 Meter und du nimmst dir kurz die Maske runter, um was zu trinken und schon wirst du angemeckert. Kennst du solche Situationen, dass egal wie sehr du dich anstrengst, einfach nicht aufhören kannst, dich auf irgendwelche komischen Gedanken zu fokussieren, anstatt die Dinge zu machen, die du machen wolltest? Die Situation kommt daher, da wir uns einreden, dass unser Gehirn entscheidet, worüber wir denken. Doch das stimmt nicht. Das Gehirn ist lediglich ein Organ und wir entscheiden, was unsere Organe machen sollen. Sicher hast du schon einmal davon gehört, dass wir alle Programme in unserem Kopf haben und diesen folgen. Und das stimmt auch. Doch wir können lernen, diese Programme zu schreiben. Und da kommen wir zum Thema Selbstbewusstsein. Wir sind uns einig, dass wir unsere Programme nur dann programmieren können, wenn wir wissen, was wir eigentlich wollen. Und hier das Problem, wenn wir uns selbst nicht bewusst sind, was wir wollen, sind es andere. Dann entscheiden andere über die Programme, die wir in unserem Kopf haben. Andere entscheiden dann über unser Leben. Karl studierte zum Beispiel Jura, was ihm keinerlei Spaß machte, aber er dachte, er müsste das machen, weil es der sichere Weg ist. Was er eigentlich machen wollte, war Schauspieler zu werden. Wodurch wir auch zum Thema Selbstbewusstsein kommen. Zuerst müssen wir herausfinden, was wir wollen und dann wissen, tief in uns spüren, dass wir das auch können. Ich kann das. Hm, und wie finde ich gut heraus, was ich eigentlich will und das auch wirklich erreichen kann? Genau so, Legend. Neugierig sein, Fragen stellen und die dann umsetzen. Sehr geil. Diesen Tipp gebe ich all meinen Freunden. Nimm dir zwei Blätter, auf das eine schreibst du all deine Ziele drauf. Egal wie groß sie sind. Wirklich, egal wie groß sie sind. Auf meinem Zettel steht Unsterblichkeit zu erforschen. Etwas, was ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben dann überhaupt anfangen werde. Aber das ist egal. Schreib alle Ziele auf. Egal wie groß sie sind. Und darunter, unter all den Zielen, die du in deinem Leben hast, die du dir vorstellen kannst, unabhängig davon, ob du sie wirklich jemals anfangen würdest. Einfach nur vorstellen kannst, nimmst du dir drei Ziele heraus, die du zuerst angreifen möchtest. In meinem Fall wäre das Boxen, Musik machen und einen Fernsehauftritt zu haben. Nun nimmst du das zweite Blatt und schreibst alles auf, was du machen musst, um diese Ziele zu erreichen. Nimm jetzt meine Beispiele, um da mal als Beispiel voranzugehen. Mach das bitte direkt für dich selber. Klick hier auf Pause und nimm dir die Zeit, diese 5-10 Minuten, die werden dir so viel in deinem Leben bringen, so viel Zeit einsparen. Nimm dir die Zeit, klick auf Pause und schreib deine eigenen Ziele auf. Fürs Boxen muss ich ins Training gehen. Fürs Musik machen muss ich Ausrüstung und Training kaufen. Und fürs Schauspielern nach Hollywood ziehen. Auf die Rückseite des zweiten Blattes schreibst du nun alles, was dich hindert, die Sachen zu beginnen. Ja, fürs Boxen und Musik machen brauche ich viel Zeit. Immerhin möchte ich ja hier gute YouTube-Videos für euch erstellen. Das nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Ich muss mich zu den Themen ja auch sehr ausführlich informieren. Auch schätze ich, dass ich ungefähr 8.000 Euro passives Monatseinkommen brauche, um nach Hollywood ziehen zu können, um mich dann auf die Schauspielkarriere fokussieren kann. Und jetzt die Magie. Als ich das aufschrieb, fiel mir automatisch auf, dass die meisten Schauspieler nicht 8.000 Euro passives Einkommen haben, als sie anfingen und ich fange an, mich zu hinterfragen, wie sie es machten. Wie fingen die meisten Schauspieler an, ihre ersten Auftritte zu bekommen? Wie haben die das gemacht? Und siehe da, ein Traum, den ich hatte, seit ich ein Teenager bin, setze ich jetzt aktiv um. Weil die Blockade, die ich hatte, ich brauche erstmal ein gutes Einkommen, um da überhaupt anfangen zu können, die Blockade ist jetzt einfach weg in meinem Kopf. Und ich habe angefangen, mich mit über 30 Bewerbungen hier in Deutschland für verschiedene Schauspielrollen zu bewerben. Und genau das wird dir auch passieren. Setz die Anleitung sofort um und wenn du noch einen extra Boost haben willst, fotografierst du die Blätter und schickst sie einem Freund, dem du sehr vertraust und bittest um Feedback.